Für die Berliner sind sie oft die letzte Rettung. Spätverkaufsstellen. Gut 1000 sogenannter Spätis hat die Hauptstadt. Sie dürfen rund um die Uhr öffnen. Nur Sonn- und Feiertags müssen sie geschlossen bleiben. Allerdings hielt sich kaum einer daran. Bis dieser Mann aktiv wurde und seinen preußischen Neigungen nachgab. Bernd Görs aus dem Bezirk Prenzlauer Berg. Das Recht auf Ladenschluss ist seine Mission. Wenn du hier rumfährst, jeden Sonntag, jeden Feiertag. Also hier hat alles offen. Alles ist hier offen. Hier drüben ist so ein Kochstudio. Die verkaufen alle Sachen da. Das kann es nicht sein, dass die Leute rund um die Uhr schuppern. Und das kotzt man an auf jeden Fall. Gleich 48 Gesetzesbrecher machte Görs in seinem Bezirk aus, schrieb ihre Adressen auf einen Zettel und verschickte ihn an alle Parteien und an das Ordnungsamt. Ja, manchmal muss man zu so einem drastischen Mittel greifen. Geht nicht anders. Aber man hat die Schnauze voll. Und irgendwann muss man dem mal zeigen, dass es so nicht weitergeht. Na ja, dann haben sie alle einen Zappen. Das ist der Spinner. Stört man nicht. Ich kann aufreißen, nur durch den Kitzel hoffen. Ich brauche mal nicht irgendwas unterordnen oder beugen. Tatortbesichtigung mit Herrn Görs. Der Späti am Kollwitzplatz war eines der Opfer des Ordnungsfanatikers. Prompt setzte es eine Anzeige. Hier kriegst du ja Theaterkarten bei Ihnen. All das eben war bloß der Sonntag und der Feiertag eben. Darum jetzt war. Und deswegen, klack, bin ich im Vorhang. Da kommt der gerade, Herr Liebe. Können Sie mal erstmal die Kamera ausmachen, bitte? Bitte erstmal ausmachen. Die Nerven liegen blank. Dann will der Inhaber aber doch reden. Ich habe Angestellte, lebe von diesem Laden und stehe natürlich selber auch sieben Tage die Woche selber in meinem Laden. Und versuche damit, mich und meine Familie zu ernähren und natürlich auch meine Angestellten. Besonders hart traf es den Späti von Vadim Golovanov. Für den gebürtigen Russen hagelte es Bußgeldbescheide, nachdem Görs seinen beinharten Besserwisser-Feldzug gestartet hatte. Mehrere tausend Euro Strafe musste Golovanov schon bezahlen. Für ihn eine existenzielle Bedrohung. Wir arbeiten nur für die Strafe. Anwalt, Strafe, Ordnungsamt, Strafe und so weiter. Ich weiß nicht, rechnen, rechnen, rechnen und wofür und alles, alles nur zahlen. Alle wollen Kohler haben. Stadtrat Thorsten Kühne, immerhin Christdemokrat, kümmerten die ausufernden Späti-Öffnungszeiten bisher wenig. Sein Motto, da kann man eh nichts machen. Als Leiter des Ordnungsamtes sage ich, im Rahmen unserer Möglichkeiten schauen wir natürlich mit drauf. Aber das ist nur eine von Dutzenden Aufgaben, die das Ordnungsamt hat. Und allein dafür Mitarbeiter abzustellen, geht schlicht und wirkt nicht. Da hat der Politiker wohl nicht mit Herrn Görs gerechnet. Der holt schon zum nächsten Schlag aus. Wenn Politiker so reagieren, wäre ich stinkt sauer. Und das fordert mal richtig heraus, da hängt ein Fosse hier. Und ich bin jetzt so bei, dem Stadtrat hier, wie heißt das, eine Aufsichtsbeschwerde anzuklatschen. Ich muss mal sehen, ob ich vielleicht den Richter rankrieere, das wäre gut. Bernd Görs Feldzug für Recht und Ordnung geht also weiter. Der Biedermann vom Kiez wird kämpfen. So lange, bis Berlin nicht nur arm, sondern auch spießig ist.